Tradition trifft neue Töne. Das Volksmusik on Air. Ein Crossover verschiedenster Musikrichtungen der ganzen Welt zu einer einzigartigen Komposition vereint. Ungewöhnlich, aber äußerst geschmackvoll. Das Rezept? Jede Menge Exotisches mit dem richtigen Gespür verfeinert. Volksmusik einmal anders. Und das unter magischem Himmel mitten in Graz. Musik Das Volksmusik on Air. Ein Stilmix der ganz besonderen Art. Ein Stilmix, ein Stilmix, ein Stilmix.